Zeit für eine Duell! Und da ist Reus, Reus, der spielt sofort rüber auf. Ramos, denn Ramos ist immer noch im Line-Up. Achso, Ramos spielt zum Gegner. Ja, Amrabat, Karabachau. Ah, schade. Was? Ja. Sinn, oh ja. Er gibt mir FIFA also den Ball wieder. Oh! So, Ibra, Ibra! Ja, abseits. Ja, schade. Ibra! Oh! Weinsteiger schön eingestiegen. Der Steiger steigt ein. Ibra! Und das ist Arjen Robben. Arjen Robben ist gefährlich. Der spielt weiter zu Ramos. Ach, ey! Der Schiedsrichter sagt, das war abseits. Der Schiedsrichter entscheidet auf abseits. Ibra! I-M-O-W-I-C! Marco Reus. Und da so Ramos! Rüber zu Robben und Robben! Boah! War Choreografie, was sie da gemacht hat. Ja, definitiv, Alter. Das studiert, ey. Oh Gott. Oh oh, das ist gefährlich. Ey, Junge, setz dich durch, Mann! Hummels leider der Boss. Reus kann sich nicht durchsetzen, weil Kinderkörper.de... Oh! Einfach vor die Füße gelegt, den Ball, ey. So, Ibra auf Reus! Und Reus, der kriegt den! Ey, Tobi, hi Freddy! Hey! Tobi, was geht da? Dark, ey! Dön ist der! Marco Reus! Und da ist er nochmal Einsatz. Der Mann, der möchte heute die Top-Spielerwertung haben. Was ist da los? So, jetzt bin ich nix hier, ey! Das ist immer, 1, 2, 3, 4. Wie viele Leute sind das von dir da, ey? Party harte! So, jetzt bin ich nix hier, ey! Und der Torwart genau, im richtigen Augenblick, an der Fall der richtigen Stelle. Und das ist Arjen Robben. Und Arjen Robben, den kennen wir. Der ist manchmal zu schnell. So, Robben! Robben nach innen! Robben! Ganz wie in Realize! Pfff! Außenpfosten, ja! Und Hummels! Oh, Ibrahimovic! Der hat Longshots! Und sehr schön mit dem Kopf abgibt. Und Ibrahimovic! Boah, da wird mein Keeper hier hart auf die Probe gestellt gerade. Ich hab nämlich gerade mal nachgeguckt. Und der hat nämlich einfach mal Ibra Longshots 88, ey! So, mit dem kann man auch mal aus der zweiten Reihe drauf prängeln, ey! Ein weiterer Pass kommt James Rubin. Schön, Bänder rüber zu! Robben! Ah, das Reus! Leute, das ist auch so ne Glatze, aber da ist Robben! Robben! Ne! Ich bin vom Ball getrennt. Pfff! Und Schweini! Rüber zu Robben! Robben, der lässt einfach mal den Verteidiger vor und sagt, hier komm, geh du vor! Nimm! Nimm dir ruhig den Ball! Mach! Oh, komm schon! Benatia! Benatia ist der Todesmarokkaner! Er hat's! Er hat die Jobo-Mentalität! Was? Er war aber knapp, ey! Weißt du uns? Wofür? Ja! Warum keinen gestreiften Pulli oder T-Shirt? Ich hab'n T-Shirt an, Alter! Kein gestreiftes, mein'er! Ja, ich weiß, aber er hat oder T-Shirt gesagt! Ja, gestreiftes, gestreiftes Pulli oder T-Shirt! Also ein gestreiftes T-Shirt oder ein gestreiftes Pulli? Meiner! Ja, das, was ich sonst immer anhabe! Gestreift! Genau! Klasse! Wurde ja schon teilweise mal gefragt, kommst du aus dem Knast und so? Ja, ohne Mist! So, aus, äh, halt Amerika wahrscheinlich dann wirklich! Warst du mal im Knast? Nein, Mann! Da steht G-Star drauf, Alter! Oh, Robin! Aber Ibrahimović, der ist da! Der hat gerade ein gutes Positionen gefällt mir! Und Reus! 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 Er verzieht! Boah! Ja, abgewehrt, ey! Ja! Oh! Da hast du deine Herzruthenbestörung, Alter! Der Sack! Der Sack! Pummelt! Boah! Er hat richtig viel gehalten heute, ey! Wuh! Und! Der Sack! 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 Ever! 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 Real life! So wie in-game! Pass geht raus! He-hah! Jetzt soll es über die Außen gehen! Aaaaah! Alaba, das ist so ein geiler Linksverteidiger! Oh-oh! Ohah! Das hätte gefährlich sein können! Ey! Sehr schön! Ibrahimović, dann willst du mal alleine versuchen! Kann er es nicht handeln! Ibrahimović! Aber Robin übernimmt! Robben! Oh! Und Robben übergibt es! Der Deserteur, Alter! und er geht halt nicht in die ecke ich glaube es nicht man sehr schön weiter ramos der übernimmt ramos der übernimmt ramos der übernimmt sich selber ramos ramos ja Reus kann einfach nichts anderes der syndrom da 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 gefährlich aber benatia mit der jovo mentalität jetzt den fuß noch dazwischen bekommen eiskalt er hätte wie so eine artillerie hätte er losgetankt boah rena ja lauf lauf alter richtig dramatisch das ist völlig verdient und wenn das hier so weiter geht dann spielen sie das ganz locker nach hause schüsse ja ich hab zwei er hat neun aufs tor habe ich ein er hat sechs junge junge da müssen noch viel mehr tore gefallen sein ballbesitz habe ich hauptsache mehr zwei kämpfe gewinne ich auch mehr ja pauls gleich aber dreimal im abseits und hatte vier ecken nicht schlecht ey die gute fall passgenauigkeit schussgenauigkeit ja der tore besagenes verzeihung bebe bebe hey boah ey du hast in die Hose gepiepiet und go so ja ich kann den einfach nicht ich weiß nicht wie der geht ey er war jetzt richtig gut ey so Ramos oh Gott Ramos er setzt sich direkt durch aber Reiner ist der beste Torhüter der Welt im Moment ja er ist Luffy die Munkie du musst gewinnen ich muss ja hü die Führung ist sehr dünn die Führung ist äußerst knack noch ein Törchen das wär's dann gewesen oh Robin boah was ein Einsatz dieser Mann Schweinsteiger was ein Einsatz dieser Mann James Rodriguez oh oh nein 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 Benatia Komm setz dich durch verdammt ey das war ey das war ein Foul alter den hat hier ja meilenweit haut er jetzt raus gewaltige meinen Dings doch ja halt wie die berühmte Hunde Schnauze der Junge haut er raus aber ein Bilderbuch Tor sieht anders aus würde gern wissen das funktioniert warum die es nicht können wo man dafür für den Sternenskiller sein muss oh ey oh herrliche Flanke sagt er ballistisch mal abgehoben ey ey ja ah ey Junge da war der Ball gar nicht hin ey oh Verschmelzung alter wie er mich weggewichst geil ey oh boah okay aber das ist Benatir Reuss Reuss rüber zu Eselpenis nein oh nein ey oh er hat sich durchgebackt yes oh bitte ey alter Schwede Bede Vormarsch alter locker gemeistert trage ich ob der sogar bis ins Tor gerollt wär so mau und lasch wie der war oh Robin Mann ey verdammt Marco Reuss ah leider abseits da läuft er ganz weit raus und kontrolliert den Ball und das ist meine genau das ist es an dieser Stelle den Müller auch kontrollieren nicht einfach nur wegpölen sondern Bubel aufnehmen weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einladen das ist das passiert hier alter wie die Ausrassung die Leute Hummel das war masslos der Hummel das war das noch 20 Minuten diese rote Karte geht 100% ach guck mal da boah nein nein da war nichts er war auch genauso absichtlich wie meiner boah guck mal den blauen Fleck am Ende krass boah was er nicht boah nee boah woah da hast du dein Highlight Glückwunsch was dein Ding danke boah 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 geil ey die ganze Halbzeit ist ein Highlight warum bist du nicht gesprungen die machen sogar Platz mit Y ja klar das ist so hilfreich bei FIFA 15 da fliegen die Bälle halt mal so wie sie fliegen sollen eigentlich PT komm hey jetzt reicht es aber hier noch nicht jetzt müssen sie ausrasten jetzt müssen sie ausrasten ja gut gemacht Leno Uhr im Kopf boah wie ey noch warte mal zeigen die das? nein zeigen sie nicht mehr da ist jetzt mit der Hacke ja genau ist das jetzt endlich mal ein Gokei Comeback hier nein was denn jetzt langt sie aber mal ey was denn jetzt wird nochmal die Wiederholung des Tors aus der Regie eingespielt ey doch ey das ist doch lächerlich ich hab nichts gemacht so boah nach vorne wenn du mir das Gelb gespielt hast trittst du dir die Bälle ey was boah er gibt dir Gelb von der Seite wie hart wir gehen jetzt weg lol was war das denn? keine Ahnung gute Übersicht im richtigen Moment das war das war Versuch ey boah warum hab ich immer noch den Spieler ausgewählt ey der Ibrahimovic ist die ganze Zeit am Ball das gefällt mir so übertrieben nicht wow 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 das war der stärkste Kopfball den ich jemals gesehen hab der war härter von Klose ja ja Marco Reus ey Jungs bitte bringt das Ding doch einfach nach Hause ohne irgendwelche Komplikationen ey oh bitte das ist für die Entscheidung so so knapp ach soo ist immer abgefälscht Schweinsteiger wird den installiert der hat ihn aus dem Spiel löschen aus den Dateien EIN ey das gibt es nicht das da angeblich dein Spieler so einen Gummifuß kriegt ey ja ey Jetzt ist es richtig hart gerade, meine Hände zittern. Oh nein, was tut er da? Das war nicht berechenbar. Ibrahimovic, Ibrahimovic. Weg mit dem Ball. Oh nein, weiter, weiter, yes. Jungs, ihr hattet doch den Ball. Hey, Schiedsrichter, du bist mal hier. Nein, nein. Ey, das kann nicht wahr sein, Mann. Das kann einfach nicht wahr sein. Da wurde richtig Holz gehackt in dieser Situation. Warum gibt es da nur Freistoß? Oh, was ist das für ein Spiel gerade? Oh, was ist das für ein Spiel? 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 Man, ich mach jetzt hier schon drücken, ohne Ende. Es wird nicht wahr sein. Bitte! Nein! Beende das verdammte Spiel! Ey, nein! Schon wieder! Oh, ja, nein! Und sie kam doch tatsächlich immer zu beschlossen. Ich weiß sie nicht. Oh, ja, nein! Oh, ja! Oh, ja, nein! Ich dachte schon, ey, hätte ich aufgehört, für immer.